Musik Ja, naja, das ist wieder so ein Turm, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Dann lass uns, ähm Lass uns noch irgendwie, äh, versuchen, auf die Spitze zu gehen Also, ich würde So hochzufliegen, meinst du? Hast du noch genug für dein Jetpack? Ja, das müsste noch reichen. Ansonsten gebe ich dir eine Batterie. Ist der anders aufgebaut als der andere? Ja. Definitiv. Hä? Kommen wir fast nach ganz oben. Ja. Voll gut. Vergesst den Modus. Jetzt wächst das sogar ein kleiner... Oh, das ist ein süßer Piepmütze. Und alles ganz süße Piepmütze. Aber ich weiß nicht was hier los ist. Geh mal hier runter. Okay. So. Das macht alles keinen Sinn, wie das hier aufgebaut ist. Nee, Sinn macht das auf gar keinen Fall. Was mich halt noch viel mehr nervt. So. Ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich. Hallo. Hi. Du musst deinen Horror-Mode anstellen, sonst stirbst du. Ich hab doch gar nicht meinen Jetpack an. Das ist dumm. Hahahaha. Nicht gut. Hallo, euer Golem. Da steht Whip drauf. Das ist Mayonnaise. Mirakel Whip. Ich muss mir alles in die Leiste ziehen, was ich brauche. Ich brauche die Axt. Ich brauche die Spitzhacke. Die habe ich sogar drinnen. Ach, scheiße. Ah, wir sind auf dem anderen. Wir sind auf dem falschen. Ah, wir sind auf dem falschen. Ah, wir sind auf dem falschen. Ah, wir sind auf dem falschen was? Wir sind auf dem falschen Turm. Äh, hast du deine Spitzhacke weggeworfen? Ja. Ja, Alter. Ich habe doch den Spitzhacke kaputt gemacht. Ja. Hast du deine Spitzhacke weggeworfen? Ja. Oder was? Äh, komm mal hoch. Weil wir sind nicht auf dem Hauptturm. Der Hauptturm ist hier direkt vor uns. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder... Ja. ...de fuck. Oh shit. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Es regnet. Scheiße. Danke. Bist du da reingelaufen? Nein, nein. Ich habe gedacht... Okay, Achtung, Spawner. Ja. Sehr gut. Hat wunderbar funktioniert. Also, dass nichts passiert ist. Wunderbar. Wunderbar. Franz, du bist so wunderbar. Dankeschön. Ich probiere es mal wieder, ne? Ach, Mann. Vielleicht... Ja. Da? 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 Döp, 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 döp. Ich hab nix. Vielen, 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 vielen Dank. Wie, du hast nichts? Hast du nichts zum Bauen? Nee. Ja, du kannst ja... Du kannst ja nicht darauf... Warte dann, ähm... Ich hab leider auch nichts zum Bauen. Ich nehm mir in die Zäune hier. Ich kann dir aber... Ich kann dir aber... Du kannst aber nicht auf Zäune springen, oder? Doch, doch. Klar haben wir jetzt sowieso hoch springen können. Achso, stimmt. Aha. Mal gucken. Vielleicht kann ich mich ja doch hier einfach hoch bauen, ey. Pff, huhu... So. Ich konnte auch ein bisschen hoch fliegen jetzt gerade. Ah nee, was war das denn? Reicht, um hier hinzukommen? Bahuuuut. Hit! Naein! Soll ich denn einfach einen Eimer Wasser runterkippen, oder sowas?! Ich kann mich ja ansonsten zu dir porten. Ja, oder das wäre noch einfacher. Hallo. Boah, Vorsicht. Ich will gerade mal gucken. Hier ist ja direkt was über uns. Ja, ich will gerade mal gucken, ob das rüber geht. Das geht sogar rüber. Nein. Nein. Hast du deinen Over-Mode an? Nee, ich habe meinen Jetpack nicht an. Bastian. Bastian. Wohin geht das denn jetzt? Geht einfach nach unten, weil es ein blödes Miststück ist. Geht das immer wieder nach unten? Ach, du bist so ein Motherfucker. Ähm. Nö, nö. Du nicht. Hey. Das ist ja natürlich... Boah. 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 Was gibt es denn hier oben? Na. Ich hasse es. Hast du jetzt deinen Jetpack an? Ja. Aber den Over-Mode nicht. Warte, wir sind gleich da. Vielleicht kann man... Ja. Boah. Boah. Hippie. Wir sind oben. Yay. Was bringt's? Ach, halt, 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 halt. Vielleicht... Wir sind vielleicht auch ein bisschen dumm. Vielleicht, guck mal hier. Das bedeutet ja, eine Gasträne. Und viermal hier. Vielleicht müssen wir hier eine Gasträne reinwerfen. Hast du eine? Oh, ich meine, ich hab eine. Kann man das Ding öffnen da? Ne. Ne. Aber... Das macht doch keinen Sinn. Ich hab eine Gasträne, ja. Willst du die da mal reinwerfen? Ich hab die hier mal reingeworfen. Okay. Und dann einfach hier alle Hebel in... Ich glaube... Du hast die Gasträne wieder aufgenommen. Ja. Die ist einfach rausgepluppt. Oder? So, probier jetzt. Ach so. Ja, blöd. Vielleicht funktioniert das so. Warte, ich mach mal hier auf. Ne. Schade. Weiß auch nicht, ob das richtig ist. Aber auf jeden Fall haben das die Bilder so gesagt, weißt du? Könnt's ja hier nochmal probieren. Warte, dann... Dann machen wir jetzt alles... Warte kurz, dann machen wir das... Alles zu... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja? Äh... Nee. Ist nur ein Bug. Okay. So. Äh... Hier zu. Und hier müsstest du was... Warte. Hier müsstest du was... Äh... Hier müsstest du es reinwerfen. Setz mal... Hast du... Haben wir noch irgendwo... Äh... Ähm... Netherrack? Lass uns mal Netherrack hinsetzen. Äh... Nee. Hier unten haben wir ja welchen. Okay. Vorsichtshalber oder wat? Ja. Hier ist überall Netherrack. Naja, egal. Äh... So, so, so. Hopplopp. Und dann einfach weggehen. Ich mach hier... Träne. Ja. Okay. Geh weg. Ist einfach rausgeplumpst. Ja. Schade. Das hat ja nicht so funktioniert. Nö. Aber das sieht halt hier so aus, als wäre irgendwie... Das ist halt hier so ein Drachenhort. Du kannst mir sagen, was du willst. Aufeuer. Ähm... Also nicht, dass ich jetzt gerade Bock hab, gegen einen Drachen zu kämpfen oder sowas. Oh, warte mal. Hier, hier gibt's eine Ghast-Trap. Aber... Hier gibt's ja gar keinen Ghast. Ich versteh das nicht. Okay. Die Urghast, which spawns above dark towers, which are located solely in the dark forest biome. Das ist hier auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Ähm... Da, 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 da. So Urghast kennen wir... Da, 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 da. Da, da, da. Hm. Wenn es kein MG-Gast ist, da ist gut. Hm. Äh. Geht da was Feines? Ich bin mir nicht sicher. Hier steht irgendwie... Was hier steht hier... Hier gibt's so viele... ...Gastfallen. Eichhört hier. Ach, das gibt's doch nicht, dass ich immer hier runterfah- Ach. Und wie können wir rufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ghast! 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 Ich seh aber auch niemanden war. Hm. He-ehm. D JediDi-Duți-Di-Di-Di MILL-Di-Dii-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-DiWS-Gڧi. Pentacles... Es will es nene... Hör, hier steht nicht, dass wir hier irgendwie... Möchtest du die kommen einfach oder wat? Summons... Komisch. Ich weiß nicht, was das... Hallo? Hier... Hier gibt es ja auch immer diese... diese Gastfallen, die man aktivieren muss. Ja. Ich weiß nicht... Die werden dann aber auch immer aktiviert, bis man wieder drüber läuft. Ne, die sind die ganzen... Keine Ahnung... Also überhaupt nichts hier von diesem Spiel. Ich verstehe das nicht. Auch nicht. Wo bist du, Gast? Ich verstehe das nicht. Hm... Natürlich blöd. Was, wenn wir einfach... zum nächsten Mal nachschauen? Und einfach hier bleiben? Oder... Gast... Strom... Ja, lass uns das so machen. Und... Dann habt ihr natürlich auch noch die Chance, uns... Hinweise... Keine Spoiler, bitte. Ja, also von wegen, wie besiegt man ihn und so weiter. Genau, nur wie man ihn erstmal überhaupt ranholt. Genau, genau. Und ob wir das vielleicht sogar schaffen. Also... Ihr braucht einen Stab der Unverwundbarkeit. Dann wäre es natürlich schade. Ja, aber... Gibt's sowas? Aber ansonsten... Wäre das so unser... Ich find das gut. Ja, 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 ja. Ich find das gut. Ich mein, wir haben jetzt den Hydra besiegt, dann schaffen wir es auch mit diesem Urgast oder was? Ja, echt der, der kann überhaupt gar nichts. Ja, der kann gar nichts. Das ist bestimmt dieser Penner, der an der Bar sitzt. Ja, dann... Oh. Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Hundert. Hi.